Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Muss er ja auch gar nicht. Ja, mit kompletter Nase kann man da doch mal schauen. Passi, mir verliere ich das sowieso wieder, wenn ich hier hinter den Gurken herfahre. Ja, überrundest du ja gleich. Und dann schiebt sie die so, dass Rufus nicht vorbeikommt. Und Rufus sich noch angreifen will scheinbar. Was machst du da? Alter, das wird Chaos hier. Hallo, Crochon! Ist die Nase noch in Ordnung? Nicht wirklich. Minor Damage, ja klar. Shrek is ready for Intermediate. Einfach? Leck. Reifenstatus. Irgendwie regnet es, ja. Mega rutschig. Es geht eigentlich. Keule sagt mir hier noch, Trocken sind zur Zeit am besten. Auch weiß ist man nicht so gut. Ich glaube aber diese Runde ist es soweit. Noch ist DRS hoffen, oder? Ja. Hallo Stroll, du Troll. Boah, Alter, jetzt geht es aber wirklich los. Alter. Senna ist leicht gasgegeben, schon fertig. Ja, ja. Alter. Er ist schon noch ein bisschen nach links, ne? Ja. Ja. Erstmal gucken, was die Ruf ist Nuste. Die Frage ist jetzt, wie viel Sekunden kostet die neue Nase? Ah, beide brauchen eine neue Nase. Ja. Ah, okay. Die Chance für MG? Ja, klar. Muss nur 46 Sekunden kosten die Nase? Na, vielleicht noch ein Dreher und dann... Ja, mit frischen Intermediates kann man sich schon machen. Wetterbericht? Da drehe ich mich vorher. Alter. Abgekürzt, was ist denn das? Drei Sekunden Zeitsprafe. Ey, ohne Witz. Drei Sekunden Strafe, weil ich mich gedreht habe über die Wiese gerutscht bin und dann wieder auf die andere Seite der Strecke gekommen bin. Oh, komm, bitte nicht hier. Oh, komm, gönn ihn. Machst du davon den Verstoppen oder was? Ja, stopp. Oh, komm, nicht nach links, rechts machen. Jawohl, danke. Ey, ohne Witz. Also viel länger kann ich mit dem Supersoft 10 nicht mehr fahren. Geh halt rein. Was ein Witz. Was ein Witzrennen, ey. Einen Fuß habe ich, ja? Frischpreis bleibt hinter mir. Dahinten hat es gekracht. Null Punkte sind null Punkte, ne? Ich sag schnell. New Strategy. Oh, bei mir geht es nicht anders. Und ich muss ihn mit dieser Scheiße auch noch quälen. Hör auf, Auto. Na? Krieg ich es doch hin? Ich dachte, du bist schon in den Insel rein? Oh, muss ich auch was. Aber wie viel hinter uns ist natürlich, äh, ist das für ihn kein Problem. Hä, mich hat halt jetzt wieder ein paar KI-Kollegen überholt. Ja, bei KI, die wechseln jetzt auch, ne? Ja. Wow! Die müssen anhalten, Hamilton. Du kannst an Hamilton wieder vorbeiziehen. Der ist mit Bottas zusammengefallen. Der hat MG perfekt geweckt. Ja, trotzdem ist Poppy erst, äh, erst Ding. Lass mich fahren! Oh! Eine Tortur! Du bist, du bist aber trotzdem voll mit. Oh, Dose! Jo! Ja, ist am Rasen hier in der Boxengasse. Aha! Ja, wollte ja schnell an Rufus arbeiten. Ja, mit Sicherheit. Ernsthaft. Jawoll, Croissant ist doch vor dir. Oh nein! Doch nicht! Nö, nö. Ich freu mich schon auf die Rukla und Legs jetzt. Ich freu mich schon auf die ersten Dreher jetzt. Ne, ich auch. Und ich guck MG zu und er hat schon Probleme. Äh. Ich guck schon weg. Ich bin gar nicht bei dir, MG. Ne, mir ist egal. Guck ruhig zu. Hä? Mann! Und die Legs! Ja, komm! Bremspunkt verpasst! Leck mich Spiel! Ohne Witz! Ja, gib mir die alternative Strategie, Honk! Wieso leckt es so hart? Ohne Witz! I don't know. Haben ja nur seit Jahren Probleme mit Legs. Aber hey, wir kriegen es immer noch nicht hin. Auch nur bei dem Wetter, ne? Ohne Witz ist so. Ja. Aber so läuft es eigentlich gut. Aber wenn es regnet, geht es nicht mehr bei denen. Super. So, Stoffel, zu welcher Seite fahren oder zu der hier? Okay. Ihr tut auch alles dafür, dass sich euer Kampf im letzten Rennen erst entscheidet, ne? Meiner und Poppys, oder wie? Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wo ich noch hinkomme. Ja, schauen wir mal. Papier ist ja auch schon wieder ein vorne. So ist es ja nicht. Los, los, los! Wo ist er denn? Ich muss, glaube ich, jetzt MG, glaube ich, erst noch mal überrunden, dass ich überhaupt erst mal so in der Nähe komme. Ne, ne. Sind wir in der gleichen Runde? Oh, jetzt nicht mehr. Ich bin tot. Ohne Witz? Ich habe noch nicht mal Gas gegeben und bin so gerückt. Aber tot bist du nicht? Ey, das gibt es doch gar nicht. Aber ihr seid trotzdem noch in der selben Runde. Wir sind jetzt halt nur 15 Sekunden. Ja. Ich habe keinen Flügel. Ich auch nicht mehr. Gar keinen. Im Geta bin ich rausgeflogen an der Stelle. Ja. Bei mir war es aber jetzt beim Nassen. Ey, die Strecke im Regen geht ja mal voll nicht klar. Wenn du keine Fahrhilfen hast, ist das Känzer hier. Ja, das ist echt notgegenehmend hier. Ich lasse auch jetzt mit der Nase. Aber so gar keine Nase zu haben ist auch scheiße, ey. Ey, hier ist halt... Ich kann nicht mal bremsen, ohne dass mir die Reifen blockieren. Ach nee, Jeff. Ja, das kennt Rufus irgendwann. Du bist so ein Blitzmerker. Jeff, sag mal, meine Rundenzeiten fallen zurück. Ach, Rufus fährt immer noch auf Rot. Bei mir fahr ich noch auf Winters. Hä? Ich fahr Inters. Hä, bei mir sind die rot. Nee, ich fahr Winters, keine Sorge. Hat er umgemalt, sind polnische Reifen. Also, so wie du rutschst, sieht das nicht nach Inters aus. Deswegen. Ich fahr Inter. Jose, was sagt die Dings? Fährt er Inters? Also, bei mir steht auch Inter. Okay. Ich mein, ich hab ihn auch mit Inter rausfahren sehen aus der Box. So ist nicht... Nee, 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 Jeff. Ich fahr jetzt rein, Alter. Du kannst sagen, was du willst. Wann hat er gesagt? Dass er nicht rein darf. Ich hab dem Chef gesagt, wir können dich jetzt nicht reinholen. Komm in der nächsten Runde. Ja. Fick dich, Alter. Könnte sein. Du musst ein paar Sekunden warten. Hau ab. Ja, bin unterwegs. Geh weg da. Wir werden uns noch... Spaß? Nee, nicht wirklich. Und Poppy steht? Arbeit nicht schon? Ja, die gehen so ganz gemütlich damals. Schon wieder? Ja. Gechillt. Gechillt. Also, die Reifenleute sind zumindest schon fertig seit einer Stunde. Und ruf es bei mir immer noch auf Rot. Und er fährt auch so, als ich mir... Weißer, ich... Das geht gar nicht. Mann, fahr vorbei! Danke, Alonso. Oha, Sektor 2, gell? Ja, weil ich Alonso vorbeigelassen hab. Warum? Der ist doch dritter. Blaue Flagge. Blaue Flagge. Überrundung wahrscheinlich. Ich kann ihn vorbeilassen. Ey! Was soll denn das? Es ist angezeigt worden im Quali, es regnet am Ende. Ja, es ist ja das Ende. Nicht wirklich. Es hat in der Hälfte schon... Es hat in der Hälfte das Regnen angefangen. Das fängt immer früher an, als das da steht. Kann das mal später auch anfangen? Am besten gar nicht. Seltener. Am besten gar nicht. Ey, ich bin ja froh, dass nächstes Rennen definitiv nicht regnen kann. Na, bei Code Wars, das weiß man nicht. Ich wollt grad sagen, wir sind ja im Spiel, ne? In Wirklichkeit ist das direkt. Aber wir sind immer noch in-game. Kann ich irgendwo gerade die Tabelle sehen? Ne, die Live-Tabelle kannst du es sehen. Ach, schade. Aber du könntest mich nicht mehr einholen, wenn ich dich bin, ne? Ne, mich interessiert gerade nur, ob ich an MG und Poppy definitiv jetzt vorbei bin. Ja, wüsste. Ja, wir machen ja keine Punkte mehr. Wir machen genauso viele Punkte wie du. Aber ich weiß nicht, ob ich 25 vor war. Ja, du warst weiter vorne. Ja. Ey, komm! Ach, ne, MG. Ich wollt nicht mehr, ohne Witz. Bis das Heck gekommen dachte ich mir, komm, scheiß drauf, gib Gas. Ja, ist halt echt so. Können wir dafür mal ein Safety Car kriegen? Ja, irgendwann hast du die Gleichgültigkeit erreicht. Ja, hat ja keinen Sinn mehr. Ich hab mit dem Setup keine Schnitte. An derselben Stelle wie ich. Ja, ja. War jetzt das zweite Mal schon, dass mir das Heck kommt. Und jetzt war ich nicht mal schnell dran. Mhm. Das war es halt. Ich bin auch nur ganz leicht gegen die Wand und Reifen. Absolut. Ja. Es ist halt so Bullshit. Du könntest ja im Singleplayer oder im, wenn's den Grand Prix fährst, könntest dir ja super ein Setup erstellen. Wenn sich aber da Multiplayer wieder komplett anders fährt, ist das total hirnrissig. Ja, ist es auch. Profis, die Kurve fängt das bisschen später an, ne? Ich glaub, das fängt jetzt auch mit dem starken Regen langsam an. Naja, wie ich in die Box, äh, aus der Box bin, hat er eh schon gesagt. In 10, 15 Minuten Starkregen. Und jetzt regnet's auch schon gute Binnenfäden. Ja, kommt schon ein bisschen weit runter. Ich kann das so gar nicht einschätzen. Ja. Also ich hab, ich hab mehr, äh, Regentropfen auf dem Visier als vorher. Das ist so meine Einschätzung. Ja, während dem Fahren konzentriert man sich nicht so auf den Regen, aber das ist schon heavy jetzt grad. Na gut, wer im Auto in der Ich-Perspektive fährt, der konzentriert sich auf alles. Der kriegt auch den Regen mit. Die Leute, die TV-Kamera fahren, der kriegt auch den Regen. Dann hat die ungefähr 5 Meter hinterm Bremspunkt und dann kriegst den halt nicht mehr. Ja. Ich wär froh wär's bei mir die Nase gewesen, ne? Haha. Aber direkt zack, Reifen ab, ciao. Ja, ich glaub die Stelle ist so prädestiniert, dass du genau mit so einem Winkel einschlägst, dass dir der Reifen gleich abplöppt. Weiß es nicht, ne? Ich glaub Rufus darf mal schalten. Wetz brauchen oder nicht? Ja, Wetz braucht ihr noch. Glaub ich schon dran. Ja, das glaub ich auch. Die Frage ist auf sich's lohnt. Ja, um ehrlich zu sein, ihr beiden seid 57 Sekunden vorher Alonso. Na, grade kommt die Hose ganz schön ran, irgendwie. Ja, kommt mit den Bedingungen besser klar. Über den Stop mir Frontflügel geben lassen, das hat offenbar geholfen. Hast du noch ein bisschen dran geklebt? Ja, genau. Hab eh einen neuen bekommen, da hat man einfach mehr dran gemacht als vorher. Hm. Ich hab den auch einen Klick hochstellen lassen, als ich in der Box war. Ja, soweit trau ich mich nicht, dass ich da dann irgendwas rumstelle. Du spürst das am Ende sowieso nicht. Ja, normal schon. Doch, doch. Weil nass merkst du es. Hast du einfach auf der Vorderachse mehr Grip. Ich glaub schon, dass du es merkst. Gut, mein Problem war ja nicht die Vorderachse, mein Problem war nur die Hinterachse. Ja. Okay, Jeff. Scheiße, zu früh. Nein? Komm, jetzt die Blauen, oder was? Oh, Dose? Hahahaha. Ovis fährt noch nicht rein. Ose auch nicht. Poppy fährt in die Box. Poppy fährt ja immer noch. Ja, das Gute ist, Poppy muss nur 34. Wollen wir ihn gleich nochmal überrunden. Na gut. Vor mir ist jetzt ein Pinker und danach kommt... Ja, und danach ist Poppy. Oh Mann, das Rennen ist halt so durch. So, wo willst du ausweichen, Junge? So fährt er erstmal Schlangenlinien hier. Mir ist Regen noch eine Ebene zu viel. Wenn es wenigstens realistisch wäre. Wie meinst du das? Im Sinne von Fahrzeugverhalten. Ach so. Wir haben ja immer noch Rufus mit roten Reifen und Töckchen. Wie sieht es bei dir aus? Grüne. Grün, danke. Wir wollen keinen Druck machen, Rufus, ne? Aber in letzter Zeit gucken die Formel 1 Folgen ziemlich viele Leute. Da sehen das gerade ziemlich viele Leute, wie du fährst, ne? Ja, klar. Ja, er rutscht wie Arsch. Und? Ich bin Erster. Wo bist du? Ja, 1,3 Sekunden bist du noch Erster. Ja, und selbst wenn ich ihn überhole, ich habe noch immer die Strafe vom zu schnell reinfahren eben. Ja, glaubst du, Rufus hat keiner? Ja, da glaube ich ziemlich fest, dass der keiner hat. Ich glaube, spätestens wenn du ihn überholt hast, setzt er das Auto an die Wand. Gebe ich dir Brief und Siegel. Ich bin nicht du. Merkt euch diese Worte. BMG, sei froh. Ja. Ich habe halt immer noch die Monster Lakes und guck nur zu. Läuft bei dir. Ja. Ich würde ja immer sagen, High-End-Gaming-PC kaufen. Am PC liegt es nicht, Junge. Ich weiß nicht, ja. Ich wollte es einfach mal sagen, so, weißt du. Ah, das ist schon Starkregen, okay. Warte mal, ob es die Finster wird, wie damals man soll schon anbrennt. Wer ist mit Fahrhilfen? Wer? Rufus, mit wem soll ich sonst reden? Du bist raus. Ja, dann sprich ihn auch an. Rufus. Austin, was möchtest du wissen? Fahrst du mit Fahrhilfen? Ja. Also, Traktionskontrolle habe ich schon. Also, das hilft, glaube ich, bei dem Wetter viel. Ja. Ein bisschen, kennt man kaum. Gar nicht, wie man sieht. So groß ist der Unterschied auch wieder nicht, weil... Mir das Heck trotzdem gelegentlich ein bisschen mehr um die Ecke kommt, als ich es gerne hätte. Ja, bist du hier schon auf 0,8 dran. 0,7. 0,7. 0,6. Er hat sich verbremst. Boah. Nach dem Leck hat er wieder 0,7. Können wir vielleicht 0,5 zugucken? Nö. Wir gucken gerade Dose zugucken. Ja, genau. Na gut, ihr guckt den beiden zu, die halt ich auch nehme. Ja. Ja, ist ja auch logisch. Oh, da kommen die Überrundungen. Ja, leider. Wenn der Cojorn dabei ist, dann raste ich aus. Habt ihr auch so viele Lecks? Ich hab gar keine. Nö, gar keine. Ich hab gar keine. Ich hab auch keinen. Zum Glück, sonst würde ich schon längst in Rufus drin hängen. Ach, da vorne ist schon wieder Papi. Oh. Ach, da freut er sich zu viel. Komm Dose, bau Druck auf. Da ist ja schon 0,6. 0,5. 0,4. 0,4. 0,3. 0,2. 0,1. Ah, da bremst er bei 0,1. Aber oh, innen. Oh. Die Sau. Ich kann mal das erste Mal Hallo sagen. Ah, gleich kommt das zweite Mal. Ah, ist schon wieder 0,2. 0,1. Ah, da kommt der Hallo. 0,0. Ich grüße dich. Hallo. Jetzt wird Rufus dann von der KI rausgehauen. Gucken wir mal, wie Rufus jetzt reagiert. 500 Zuschauer gucken ihm gerade zu. Streamster. Ja, ja. Ja, ist schön. Was machen die denn hier? Hauen sich gegenseitig raus. Das ist Hamilton. Hamilton ging mir voll auf den Sack. Da musste ich jetzt mir irgendwas einfallen lassen, dass ich dran vorbeikam. Blaue Flagge, blaue Flagge. Na, du musst ja nicht Platz machen, solange Hamilton da. Das ist das Problem. Der macht aber ja auch nichts. Ich habe mich ja nur zurückgerundet. Ich habe mich ja nur zurückgerundet. Schon wieder ein Lake. Das ist voll komisch. Geht ja bei mir nicht mal um Platzkampf hier. Sondern, dass es nur bei dir ist. Ja. Weil es jetzt bei Poppy und so auch würde ich ja sagen, okay. Liegt am Netcode oder so, wenn es nur bei dir ist. Ich habe das dieses Mal, toi toi toi, nur in Österreich gehabt. Ja, kann ja auch sein, dass in meinem, äh, 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 router im Port nicht offen ist, den ihr vielleicht offen habt. I don't know. Ne, ne, das ist tatsächlich hier dieses Regenwetter. Ja, aber dass nur ich die Lakes habe und ihr nicht. Vielleicht auch irgendein Treiber, mit dem das Spiel nicht grün sein möchte. So läuft es eigentlich super. Vor allem wenn ich allein spiele. Auch wenn es da regnet, hast du das schon gesagt? Ja, 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 ja. Hab ja Karriere gehabt. Ich habe in Österreich auch nichts. Offscreen. Wenn ihr beiden direkt hinter mir seid, ne? Rufus und Dose, sag Bescheid. Ne, ich bin ein Stückchen weg. Dose kommt schon näher, aber... Aber bremst dich, Rufus. Ich muss ja vorbei. Der lässt ja keinen Platz, die Sau. Französische, weiße Flagge. Der gute Gassi. Was wird das denn da? Ein paar Bremsung. Ihr lasst mich durch. Ich sag extra, Dose sag Bescheid, wenn du genau hinter mir... Er sagt aber gar nichts. Ich hatte das. Ich habe gesagt, Papi, lass mich durch. Jetzt bin ich hinter dir. Der kam gar nicht mit. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das hat er laut und deutlich gesagt. Habe ich nicht mitgekriegt, ohne Witz. Ich bin hinter dir. Auch das bekommt er nicht mit. Los, komm. Ja. Ja, nun komm. Bremsen tut er für dich nicht. Ich muss schon vorbeifahren. Nee. Also einpennen ist hier auch nicht, ne? Ja, Papi hat Druck von blauen Flaggen. Warum kriege ich jetzt blaue Flaggen? Hast du verdient. Deswegen muss ich zusehen, dass ich die anderen Spanken hinter mir lasse. Lass mal jetzt, Dose, dich überrunden. Halt mal so lang. Komm, Dose, gib Gas. Das ist doch schon 1,3 weg. 1,4. Jetzt ist es echt 1,4. Gerade war das noch, um Goofy's ein bisschen zu nutzen. Ja, ja. Fünf Sekunden Stop and Go Strafe. Blaue Flagge ignoriert. Fick die Spiel, ey. Oh, kommst du quer, siehst du mehr bei Rufus. Wer ist denn da hinter dir? Ah, Bottas. Bottas lässt ihn nicht vorbei, oder was? Nee. Mann, wo soll ich noch hin? Ich bin nicht schon letzter. Also von daher. Kannst du noch so viele Strafen ein, dass du hinter MG und mir bist. Das glaube ich nicht. Und hinter Schnigge. Das könnte noch realistisch sein. Aber euch beiden, nein. Wir sind aber vor Schnigge. Ja. Letzte Runde. Ding, 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 ding. Ja, Goofus verliert viel Zeit. Hat mittlerweile schon 2 Sekunden Rückstand. Ja, und jetzt guck mal, wie er sich verbremst. Ja, und die ganzen Quersteher. Na, guck mal, wen sind die 3 Fahrer hintereinander. Und jetzt auch wieder zu sehr auf dem Körb. Wie viele Sekunden Zeitstrafe hast du, Dose? Die 5 Sekunden Stop and Go, also... Die holen wir dir noch mal. Das geht noch. Nichts für blauer Flagge. Ja, jetzt verbremst er sich gleich. In der Kurve, da ist er echt fies, ja? Ja, 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 ja. Da ist es fies. Ja, ja, genau. Die meine ich ja. Da hat es mich ja zerlegt. Ja, hat er gut gemeistert. Sind aber ein Opa. Da jetzt, ja. Ja, sehr risikoreich. Oh, sehr weit außen. Rufus links, ne? Bisschen links. Was hat ein Auer am Wochenende gemacht, Rufus? Wir haben heute gewonnen gegen Jena. Und Schalke? Was haben die gemacht? Wir haben, glaube ich, 2-1 gewonnen gegen Wolfsburg. Ai, ai, ai. 2-1. Wer hat die Tore gemacht? Weiß ich nicht. Die Aggression in der Stimme. Kadegi Uri, und wer war der andere? Keine Ahnung, Alter. Uli Hoeneß. Ja. So, Glückwunsch, Rufus. Danke. Glückwunsch, Rufus. Hau, richtig viel. Mann, 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 ey. Was ein verkacktes Scheißrennen. Ich weiß das auch nicht. Ohne Witz. Ey, ich bin so froh, dass es am Donnerstag das letzte Rennen ist. Ich krieg gerade eine E-Mail. Werde Teil des stärksten Netzwerks für Powerfrauen. Hab ich irgendwas verpasst? Hallo? So ist er auf dem Treppchen. Respekt. Guck mal, damit wird die WM noch mal spannen. Guck mal, ob ich jetzt Dritter fix bin. Ja, bist du. Ja. Ja, bist du. 43 Punkte. Äh, Quatsch. Jetzt ist es wieder trocken hier, oder wie? Ja, ja, jetzt ist es trocken. Jetzt regnet es nicht mehr. 28 Punkte ist Freshford. Jawohl. Damit wird es ja nur noch um Platz 4 und 5 spannend. Ja, da geht es nur um drei Punkte. Rankliste. Ja, nächstes Rennen, würde ich sagen. Ja, Showdown. Ich glaube, das muss ich auch nochmal so machen. Und dann schieße ich, glaube ich, dann im Geh ab. Und dann kommen wir beide nicht ins Ziel, aber ich habe gewonnen. Das wäre okay. Dann kriegst du aber Strafpunkte, das ganze Glauben. Dann machen die alle auf Senna und Prost, habe ich so das Gefühl. Ja, ist so. Irgendwie so weiß. Der Sauber-Showdown verzögert sich auf Abu Dhabi. Wir verabschieden uns. Komm, Brasilien. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.